Willkommen zurück, meine Freunde, Commander bei Halo Wars 2, Mission Nummer 5, der Kathograf. Professor Anders und Jerome erreichen den Kathografen und finden heraus, was Atrex wirklich mit der Arche bezweckt. Also wie ich mir gedacht habe, das was wir mit 1, 2, 3 hier, Commander, die Leute befreien, passiert zur gleichen Zeit am anderen Ort. Und wir sind jetzt wieder in der Mission, in der vorletzten Mission, schließen wir an, im Kathografen. Wir schauen mal rein, was da so abgeht. Ich bin gespannt. Professor, wenn Sie den Kathografen erreicht haben, müssen Sie herausfinden, wofür Atrex ihn benutzt. Verstanden, Captain. Isabel hat mir alle Infos der UNSC über diese Gegend übertragen. Sieht aus, als müssten wir zum Kartenraum. Ich habe unterwegs Scans durchgeführt. Von der zentralen Kammer beim Kartenraum geht eine starke Energiesignatur aus. Ob sie von den Verbanden oder den Blutsvetern stammt, ist unklar. Seien Sie vorsichtig. Die Verbanden werden dort zahlreich vertreten sein und von den Wächterverteidigungen her zu schließen, werden Sie die auch am Hals haben. Erstere wird Jerome erledigen, aber was die Wächter angeht, erinnern Sie sich an das Spezialprojekt, von dem die Rede war? Ich denke, es ist Zeit für einen Testlauf. Ist zwar nicht ganz fertig, aber ich werde es ausprobieren. Ich erwarte Ihre Meldung von unten. Viel Glück. Danke. Also beschützen Sie Enters gegen Blutsvetterverteidigung auf dem Weg zum Kartenraum. Unsere Wolverines stehen bereit, um mögliche Luftanheiten einzusetzen. Schauen wir mal. Oh. Krass, ich dachte, das wäre so eine Innenmission. Ne, wir haben eine Base. Das war unser Weg rein. Spirit of Fire, wir haben ein Problem. Eine Art Energieschild blockiert den Weg zum Kartenraum. Können Sie es öffnen, Professor? Nun, wir sind am richtigen Ort. Die Energiesignaturen aus der zentralen Kammer müssen irgendwie mit diesem Schild verbunden sein. Spirit of Fire, das könnte dauern. Okidoki. Finden wir heraus, wie wir den Schild öffnen. Halt. Was war das für ein Geräusch? Banschies. Spirit of Fire, wir brauchen Wolverines. Stehen schon bereit, Jerome. Wo sind sie? Wolverines sind spezielle Flugabwehreinheiten. Ok. Ich bin bereit, dass die Affenzen sind jetzt zur Basis zurück. Luftseinheiten, Feuer noch weg! Ok, was haben wir hier schon? Das, das... Baut globale Upgrades, erhöht Bevölkerungslimit, mehr Helden und Super-Einheiten. Juhu! Wird gebaut. So, Kaserne, äh, Garage. Haben wir eine Kaserne schon? Oh, wir haben eine Garage schon. Abbrechen. Nachschubmodul, Garage. Noch mehr Banschies. Noch mehr Banschies. Wollt sie runter, Wolverines? Ja, ja, macht das schon. Deine Überliebenden. Die Kaserne. Wollen wir bis auf... Ein weiteres, noch ein Generator und ne. Meine Einheiten sind bereit zum Loslegen. Sind die jetzt schon kaputt, die Wolverines? Die werden es verrollen, an dich geraten zu sein. Ey, ist nicht dein Ernst, oder? Hier können wir auf jeden Fall schon mal einen einnehmen. Das Energieschild ausschalten, dann haben wir hier noch einen Wellenbringer und einen Cyclops. Okidoki, was können wir hier bauen? Ein Schütz. Generator errichtet. So, nice. Nehmen wir doch mal mit. Warthog. Wenn wir nochmal Warthog bauen, zwei. Wolverine ist ja relativ günstig auch. Die sind alle eigentlich relativ günstig. Fahrzeug Upgrade 1. Kostet 500. Geschütz errichtet. 400, dann kriegen wir den Granatwurf. Der ist auf jeden Fall auch noch wichtig. Upgraden. Oh. Kostet 200. Kostet 300. Infanterie Upgrade 1. Kostet 200. Sollte man sich vielleicht mal mit auseinandersetzen. Nachschub Modul Upgrade abgeschlossen. Nachschub Modul Upgrade abgeschlossen. graden wir den mal mit 300 ab. Erhöht die Energieversorgung. Komm, komm, komm. Ich sehe feindliche Einheiten. Komm, komm. Nicht zu hängen lassen, Marines. Ganz einfach. Lufteinheiten feuern auf mich. Easy. So, die stehen da gut. Dann kann ich kurz ein bisschen warten und die... ...und die Sachen mal upgraden. Generator Upgrade abgeschlossen. Das dauert zwar. Ich weiß. Aber guck mal, wie schnell das jetzt geht. Ja, das geht ratzfatz. Das haben wir fertig. Das ist auch fertig. Jetzt die Kaserne upgraden für 400. Die Garage upgraden für 500. Anführerpunkt erhalten. Oh, guck mal hier. Juhu. Generator Upgrade abgeschlossen. Ah, ich kann die upgraden? Juhu. Und die Lotus... ...kann ich auch upgraden? Oder habe ich jetzt keine Punkte mehr? Nice. Oh, das hätte ich auch mal machen sollen. Kampfabprob. Röke auf. Paketenwerfer bereit zum Feuern. Naja. Naja. Aufwachen, Leute. Der Feind. Die Städte mit ganz schnell durch die hier durch. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. So. Infanterie. Upgrade. Hier konnte ich doch auch noch was upgraden. Ach ja, den Granatwurf. Logistik 1 um 15% schnellere Einheiten Ausbildung. Gut, dass man hier mal Zeit hat am Anfang. Wenn wir den Punkt jetzt hier triggern, geht es wahrscheinlich richtig los. Vorher rüsten wir uns noch ein bisschen auf. Fahrzeug Level 1 erforscht. Gut, Marines. Haben wir ja schon einige. Schnell, schwer gepanzert, keine Flugabwehr. Aber dafür haben wir die Flugabwehr, Leute. 1, 2. Vielleicht nochmal hier welche. 1, 2, 3. Granatenwurf erforscht. Und die kosten 2, die kosten 3. Schade. Gut, warten wir mal, bis die fertig sind und dann ziehen wir mit denen mal los. Das ist eine erfüllende Arbeit. Nice. Bisschen dauert es noch. Gut, aber ansonsten haben wir alle. Das ist Basis sperren. Normale Ausbildung, aber bis Freigabe verbleibt im Basis. Okay, da kann man die hier drin sammeln quasi. Und dann kommen die alle auf einmal raus. Auch nicht schlecht, damit die draußen nicht abgeschlachtet werden. Einer noch und hier noch zwei. So, fertig, fertig, fertig. Und hier nur noch einer und dann geht's los. Wahrscheinlich voll aufs Maul. So, alle herkommen. Oh, das war so klar, wenn ich gehe. Boah, was ist hier los? So, die lasse ich mal da. Okay, hätte man vielleicht doch ein bisschen früher machen können. Ah, egal. Chill dich, Keule. Ja, okay. Ja, okay. Leute, Feuer frei auf den Schaltkreis. Die Wächter sind zu stark. Verschwinden wir. Sonntagsruf, glaubst du nicht. Scheint so, als würden Sie jetzt hierbleiben. Vorschläge, Professor? Wie steht es um unser Spezialprojekt, Isabel? Alter! Professor, Sie sollten sich lieber an etwas festhalten. Hey, wie hart ist das denn? Was war das? Ein auf das Kommandosignal der Wächter ausgerichteter EMP. Klasse, Isabel. Gebiet gesichert. Zurück an die Arbeit. Jerome, die Wächter kommen zurück. Unsere Basis wird angegriffen. Haltet euch von den Wächtern fern. Unsere Waffen sind wirkungslos. Isabel, wir brauchen noch einen EMP, um sie zu vertreiben. Ist nicht dein Ernst? Die wird hier alles auseinandergenommen. Botengruppen nehmen sich unter Beschuss. Oh, Alter, ey. Marines melden sich zum Dienst. Das nervt ja richtig. Kann jederzeit losgehen. Achtung, feind gesichtet. Ach, du Scheiße. Na komm, wir machen erst mal das Ding hier kaputt jetzt. Ich bin unterwegs. Rück aus. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Verstanden. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Bereit, alles abzufackeln. Fahre los. Die Tanks sind voll, kann losgehen. Auf dem Weg. Die Map-Kanone, der Spirit of Fire. Ist jetzt mit EMP-Geschossen geladen. Setzen Sie die Anführerführigkeit ein, wenn der Wächterschwarm aktiv ist. Ah, hier. Wo brauchen Sie uns? Wo brauchen Sie uns? Rück auf. Seite Sie auf. So. Passt. Geschafft. Wir haben den Energieschild zur zentralen Kammer geöffnet, Professor. Und jetzt? Finden wir es raus. Professor, halt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Stimmt's? Teil klappt hier. Wo brauchen Sie mich? Spielsequenz. Zwischensequenz. Mal was Neues. Das stinkt. Nach Broods. Die haben über diesen Weg bestimmt die Wächterumgang. Okay. Es gibt noch drei weitere Schaltkreise. Gemeinsam regeln sie den Blutsväterschild, der unseren Weg in den Kartenraum blockiert. Sie müssen alle ausschalten. Hat er auch kein Zuckerschlecken? Erwartet. Passen Sie auf Wächter auf. Die kommen angeschwärmt, wenn sie die Schaltkreise angreifen. Dann machen wir besser schnell. Findet die Schaltkreise. Jesus Christus. Und dann angegriffen werden wir auch noch, wa? Alle Einheiten. Alle Einheiten. Schauen wir mal. Ja, ein, zwei, drei. Oh, wieso kann ich jetzt noch zwei bauen? Na egal, nehmen wir die mit. Warthogs. Infanterie Upgrade zwei. Nice. Das hätte ich ja gar nicht gesehen beim ersten Mal. Warthog. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal einen ein. Was haben Sie heute für mich? Schauen wir mal, was bei rumkommt. Mal erstmal den Rechten. Wächter sind auf dem Weg. Wächter sind auf dem Weg. Ich bin unterwegs. Wachen auf dem Weg. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Wächter sind auf dem Weg. Wächter sind auf dem Weg. In Bewegung. Infanterie Level 2 erforscht. Wächter sind auf dem Weg. Ich bin unterwegs. Wächter sind auf dem Weg. Wachen auf dem Weg. So, dann... Hier die Gruppe ein bisschen heilen. Und... Ausschalten. Alle Einheiten. Raus, 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 raus. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schießen kann. Relativ zügig, aber da brauchen wir natürlich Rohstoffe für. Alle Einheiten. Bin unterwegs. Parken auf dem Weg. Verstanden. Hau weg. Das war der erste Schaltkreis. Nur noch zwei übrig. Ah, okay. Das ist... Das macht das Tor auf der anderen Seite kaputt. Parken auf dem Weg. Bin unterwegs. Sammeln wir nochmal schnell die Rohstoffe ein. Rück out. Rück out. Rück out. Es geht so lange gut, wie ich nicht angegriffen werde, wenn ich hier mit allen Einheiten... Äh, allen Einheiten... Das Einheitenmanagement empfinde ich als ziemlich nervig. Rück out. Rück out. Rück out. Bin unterwegs. Parken auf dem Weg. Habe es im Visier. Weg 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 weg. Weg weg weg. Rück out. 092 wird vor Duftanheiten angegriffen. Wir werden uns überbrechen, an sich geraten zu sein. Erhalten und verstanden. Raktiere erst die Schweine aus. Rück out. Sie können auf mich zählen. Oh, nimm den Scheiß mal ein hier. Hm. Aller Einheiten. Na, jetzt nimmt er wenigstens ein. F. Raktiere eben die Falter aus. Höllnbringer melde sich zum Dienst. Nice. So, verlieren wir gleich vielleicht sowieso nochmal, aber ist nicht so schlimm. Aller Einheiten. Das ist eine erfüllende Arbeit. Aller Einheiten. Ich bin unterwegs. Fliegt sie denn hier oben? Ach so, das sind die Schatten der Wächter. Aller Einheiten. Rück out. Bleibt es hier auf. Aller Einheiten. Aller Einheiten. Anführerfähigkeit bereit. Reparatur-Drohnen. Aller Einheiten. Aller Einheiten. Guck mal, er übernimmt ihn. Nice. Aufgewärmt und bereit. Entdeckung, schnell. Die Wächter kommen. Rück out. Die Wächter kommen immer dreimal. Raus, 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 raus. Die Wächter kommen, jetzt. Hm. Gero. Gero. Nice. Oh, wir haben 83 von 80. Wie geht das denn? So, Infanterie. Konnten wir doch nochmal upgraden, oder? Ne, jetzt anscheinend nicht mehr. Vielleicht kommt das noch. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir einen diesen Dinger hier nochmal wegmachen. Und dann noch eine Waffenkammer hinstellen. Was ist das? Logistik. Schnellere Einheitenausbildung, ja, das können wir auf jeden Fall machen. Das würde mich mal interessieren, weil ich hau mal einen hier weg. Ja, recyceln. Jetzt noch eine Waffenkammer. Logistik-Level 1 erforscht. Gibt es noch Level 2? Nein. Wie lange braucht die, bis sie fertig ist? Ob dann das Einheitenlimit erhöht wird, weil es stand ja da, wenn man das ausgewählt hat, dass man erhöht das Einheiten-Level-Limit bekommt. Wird gebaut in 2, 1. Waffenkammer errichtet. Nö. Einheitenlimit bleibt gleich. Hätten wir uns auch sparen können. Naja, egal. Wir haben genug Kohle. So, warte mal. Wie sieht denn das aus mit... Eilung. Boah, das heilt aber richtig gut mittlerweile. Auf der zweiten Stufe. Geschütz errichtet. Nice. So, jetzt holen wir uns den Kreis hier im Norden. Der Bewege. Der Rasierer. Wow. Woa. 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 So, komm. Haut die Schildgeneratoren weg. Die Gebäude zerstört. Das Geschütz. Achtung, Feinde. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Das ist eine erfüllende Arbeit. Alle Einheiten. Werde auf der Luft bekommen. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Jawoll. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. So, was bauen wir nach? Davon zwei. Und nochmal Marine. Können wir schon heilen? Nee. Also nach der Zeit. Macht das echt Spaß. Muss man sagen. Welche denn? Lotusmine? Kann man die eigentlich auch blind abwerfen? Ich weiß es nicht. Mal testen, ob wir die einfach hier so ins Blinde reinschmeißen können. Nee. Muss man sehen, das Gebiet. Okay. Alle Einheiten. So. Hier könnte es nur Ärger von geben. Von den Arschgeigen. Wir heilen gleich nochmal und dann geht es los. Dann geht es sofort los. Keine Panik. Dann ist auch unser Raketenangriff fertig. Ja. Richtig gut. Richtig gut. Anführerfähigkeit bereit. Naja, wird es nicht so viel geheilt, glaube ich. Aber... Auf jeden Fall den grünen Bereich. Das ist schon mal nicht schlecht. Anführerfähigkeit bereit. Nice. Wir kommen. Wir machen euch fertig. Wir lösen die ja gar nicht aus. Drücke aus. Schalten Sie aus. Professor, wir haben Ingenieure. Es war durch feindliche Arzellerie. Weiß nicht, ist viel erledigt. Komm, Entschuldigung. Im Laufbrich. Jiro, schalten Sie die Ingenieure vor dem Schaltkreis aus. Drücke aus. Im Laufbrich. Im Laufbrich. Bestätigt. Jawohl. Ingenieur erledigt. Zielt auf die Schaltkreise. Ja, wir machen erstmal kurz den Gegner platt. Im Laufbrich. Im Laufbrich. Ganz einfach. Erhalten. Ruhe. Nehmen Sie in der Bestoß nach. Radiere eben die Feindler. Erhalten und verstanden. Ab hier drüben ein paar Dreckssäcke. So, die Truppen wollen wir ans Träne. Kürbel. Verstanden. Ich setze mich ganz schnell und ziehe durch. Komm, hau sie weg. Im Laufbrich. Alles zerstört. Ja, ich denke mal, dass wir hier die Basis nicht brauchen werden. Im Laufbrich. Mal ganz schnell zurück. Im Laufbrich. Das läuft ja wie Buddha. Mit diesen Fähigkeiten ist es echt ganz schön teilweise echt easy. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Allereinheiten. Einführerfähigkeitsbereit. Reparaturdrohne. Oh, ihr werdet es alle so bereuen, an mich geraten zu sein. Oh, da ist einer. So. Das letzte Ding ausschalten. Und dann ist das Ding hier Sigi. Ach, die heilen das Ding. Und tschüss. Das war der letzte. Wir haben ein neues Problem. Wächterprotektoren. Die sind nicht Teil des Schwarms. Wir sollten sie ausschalten können. Unsere Basis wird angegriffen. Fuck. Rücker aus. Gehen wir weg. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Ey, leck mich doch mal Arsch. Wie unfair. Jetzt zerstört jetzt hier meine ganze... Nee. Aller Einheit. Aller Einheit. Ey, hört auf. Okay, ich hau' den down. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Fick dich. Fick dich, Feind. Versteh dich. Verstand. Gehen wir weg uns. Rücker aus. Im Laufschritt. Im Laufschritt. Jetzt gibt's Backenfutter. Kaserne errichtet. Wird aus der Luft beschossen. Alles klar. Anführerfähigkeit bereit. Erhaltung verstanden. Rücker aus. In Bewegung. Schießen sie denn hin? Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Kommt. Hör, warum das denn jetzt? Rücker aus. Ihr wollt mich alle verarschen. Sollten wir die anderen befestigen? Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Ja. Lame. Alle Einheiten. Generator errichtet. Hey, und der versteckt sich vor mir. Ja. Ganz einfach. Jawohl. Nachschub Modul Upgrade abgeschlossen. Da muss ich mal gucken. Da lass ich vielleicht die beiden Wolverines hier oder so. Wir sehen wir uns hier. Wir sehen wir uns hier. Bin mir nicht so sicher. 092. Wenn ich hier lassen sollte. Die werden nacheinander gebaut, ne? Ah. Das ist noch keine Garage mehr. Oh Mann. Das ist nervig. Das ist nervig. Scheiße. Egal. Wir gehen weiter vor. Wird schon... Jetzt kommen sie. Da sind sie. Das kannst du echt vergessen, ey. Kann jederzeit losgehen. Hier bleiben. Hier bleiben. Hier bleiben. Bereits zum Loslegen. Raketenwerfer bereit zum Feuer. So. SDG 1. Ihr kommt mit. Ich glaube zwar, das bringt nichts viel, weil die alle hier auch nicht auf die schießen können. Geschütz errichtet. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was es bringt. So weit ist es ja nicht mehr. Es zieht sich jetzt doch noch ganz schön durch diese kleinen Splitterangriff-Kacke. Und man echt nur 80 Einheiten... Also 80... Denn nicht mal 80 Einheiten. Weil die hier alle für mehr zählen. Nee. Siehst du, ich krieg die nicht down. Na, schau mal mal. Äh... Fangen wir nochmal an Wolverine. Die Bord kann ich nicht in den Rechthosen verprügeln. Rücke aus. Die Bewegung. Isabel, noch ein Schwarm blockiert den Zugang zum Kartenraum. Aktivier den EMP. Die Bewegung. Ich schlitte mich ganz weg und hier durch. Die Bord. So. EMP. Das hat sie erledigt. Juhu. Das war's, Professor. Bringen Sie los. Finden wir heraus, was Atriox vorhat. Wir haben eigentlich auch drauf kacken können. Einfach weiterlaufen. Scheiß auf die Basis. Waffen, Umweltkontrollen, Biodiversitätsbibliothek und das Portalnetzwerk. Captain Atriox hat mithilfe des Kartografen das Portalnetzwerk der Arche übernommen. Es gibt tausende. Er hat die gesamte Arche abgedeckt. So kann er seine Truppen also überall gleichzeitig einsetzen. Das erklärt einiges. Professor, ich muss wissen, wie er das Netzwerk kontrolliert, damit wir es ausschalten können. Haben Sie alles? Ich würde ja gerne bleiben und mehr erfahren. Aber wir sollten besser aufbrechen. Spirit of Fire, wir kommen zurück. Gut, dass es nicht laut ist. Oh ja. Ja, Gold. Alter, 81. Mutig und ehrenvoll gekämpft. Ein wohlverdienter Sieg. Ja, danke. So bin ich. Und wir haben alle Ziele erfüllt. Juhu. Nice. Coole Mission. Hat mir Spaß gemacht. Nächste Mission haben wir jetzt alle Informationen. Mal gucken, was wir mit dem Planeten anfangen. Wir haben ja ein paar Bruts zu vernichten. Main bleiben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bundeskanz dick. Sei es. Com essentially. Nageld bei dir. Vielen Dank.